Mein Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Leech-T2. Wir spielen heute die Atlanta. Ja, und das passt sehr gut, weil wir haben den Superhelden-Modus. Gefällt mir ganz gut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, wir machen das mal hier. So. Ready. Weil wir werden den Grawl gleich verkaufen. Für den klassischen Atlanta-Start mit einer Hydra. Beziehungsweise Eiersack. Eiersack und dann Hydra. Angler haben wir auch am Start. Die können wir dann mit dazu packen. Aber das ist so der Vorteil, den die Atlanta hatten. Zum einen den Grawl. Den kannst du halt für 90% oder 95% wieder verkaufen. Mal gucken. 90%. Deswegen baust du jetzt keinen Worker. Gibt es kein Geld aus. Baust du den Grawl hin, um die erste Wave zu halten. Und danach verkaufst du den, hast genug Geld für den Eiersack und dann ist Schluss. Geschichte erledigt. Und genauso werden wir das auch machen. Huch. Wir gucken mal hier rüber. Sakura-Blume. Ja, im besten Fall auf der 3 was schicken. Aber wird schwierig, wenn wir Hydra-Start machen. Da haben wir am Anfang nicht so viel Sending-Power. Ja, also die Atlanta sind ein unheimlich starkes Late-Game. Wir verkaufen den Eiersack hin. Und platzieren gleichzeitig noch einen Angler. Weil der Eiersack alleine der Schaft-Rave-3 vielleicht gerade so, wenn da was geschickt wird. Es sieht sich schwierig aus. Und ich will natürlich die maximale Hydra ausholen. Gerade hier bei Send-and-Chill, wo du jede Runde geführt was gesendet bekommst, ist das natürlich wichtig. Oder Eiersack wird das halten. Der macht Reflektions-Schaden. Falls ihr es noch nicht wusstet. Zack. Dann werde ich jetzt in der nächsten Runde noch was bauen. Gucken, was ich zusammenkriege. Wir könnten einen Devil-Fisch bauen. Oder wir machen eine Seraphine draus. Wir machen eine Seraphine draus. Um schon mal ein bisschen Schaden abzuwehren. Weil jetzt kommt ein Robo. Das habe ich schon fast erwartet. Jetzt sind aber schon vier tot. Das heißt, wir könnten eventuell halten. Das wird aber schwierig. Nee, schade. Schade. Gibt es nur einmal aufgewertete Hydra. Ist nicht maximal fett. Schade, schade, schade. Hätte eventuell mit einer Seeschlange countern können. Eventuell. So häufig habe ich die jetzt auch noch nicht gespielt. Darf man nicht vergessen. Aber jetzt ist die Hydra natürlich mega fett. Das heißt, ich kann hier massig auf Workout gehen. Muss mir da keine großartigen Gedanken drüber machen. Und die dort hält sich auf in drei kleine. Und die Angler sammeln schön ihr Mana. Kann man noch einbauen. Und dann ist Schluss. Den werde ich aber hier platzieren. Weil ich mit dem Crawl, wenn ich den upgrade, kann ich da noch einen Wächter der Meere draus machen. Jetzt können wir ganz entspannt auf Workout gehen. Nächste Runde sollte für uns auch kein Problem sein. Wir gucken mal. Eine Seeschlange. Und ja, der hatte der hatte die Blume. Die Sakura Blume. Das ist wahrscheinlich auf sieben gehen. Auf sieben ein bisschen mehr schicken. Wir haben jetzt hier so ein bisschen Was haben wir für einen Zauber? Oh, ho, ho. Da ist jetzt die Frage, was passiert? Was passiert, wenn ich dass der Hydra gäbe? Ist der erste Tod schon der ausschlaggebende Punkt? Oder erst, wenn die komplett ausgelöscht sind? Das ist die Frage aller Fragen. Aber wir können uns das auch aufheben für die zweite Hydra. Für die zweite Hydra könnten wir uns das auch aufheben. Oh, er wird reinkacken dann auf der sieben. Und dann mit den Eiersack und können denen schon mal ähm das geben, was er braucht. So, wir machen hier einen Devil-Fisch. Ich warte es mal noch ab. Ich warte mal noch ab auf die auf die nächste Hydra. Ja, wie gesagt Atlantor starkes Late Game Würdig Game ist ein bisschen Krampf. Gerade mit dem Eiersack habt ihr es gesehen wenn man wenn man da verkackt ist halt übel und die Angler brauchen lang um sich zu beleben und die naja Kaukappen sind auch nicht so das das Beste was man haben kann. Ah, der hat natürlich hier den Titan gegeben. So, wir machen ein Upgrade. Machen wir das jetzt mal drauf. Komm, pass auf. Wir machen das mal drauf und wir gucken mal was passiert. Wir gucken einfach mal was passiert. Ob die ob die Kleinen das auch kriegen oder ob der weg ist wenn beim ersten Sterben sozusagen und Dax 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 platziert Oh, krass ist so noch überlebt. 0% Er hat 5 Leben noch. Auf 10 werde ich jetzt schicken also was besseres in dem Moment So, wir sind jetzt ganz gut dabei wir könnten noch einen Eiersack platzieren wir könnten auch einen Angler aufwerten Ich glaube wir werden einen Angler auf den können wir eigentlich auch schon mitnehmen den nehmen wir auch schon mit dass wir hier relativ früh das rauskriegen was wir haben wollen Ist ein bisschen ist ein bisschen overbuild vollkommen klar aber Hydra Stark gegen die 10 während er mit seinen Daxen zu kämpfen hat Wenn wir da magischen Schaden mit rein schicken könnten wir ein bisschen was reißen Schicken wir mal zwei Robos rein Die 3 sind wir noch gut am Start Ja, wir werden Seeschlangen bauen also eine und upgraden den können wir nächste Runde machen beziehungsweise müssen wir nächste Runde die Priesterin bauen Das ist wichtig weil wir sonst keinen magischen Schaden großartig haben außer die Teile weil wir als Tanker nicht so schlecht sind für den Split Oh, Hydra geht schnell down Hydra ist klein Oh, die Kleinen haben auch den Buff Haben alle Kleinen den? Ist nur einer rausgekommen Warum ist nur einer rausgekommen? Eigentlich kommen drei Ist der Buff jetzt weg? Nein, er ist noch da Das ist gut Ja, wenn ihn die Riesenschnecken Können wir tatsächlich schon ein bisschen weiter nach vorne bauen Dann kann ich den sogar noch upgraden Die wird natürlich jetzt angegriffen Gehe ich mal stark von aus Einfach zwei Turtles rein Nee War zu weit hinten Sehr gut Aber auf der Hydra ist natürlich mega fett Wenn die sich dann nochmal wieder beleben kann Jetzt sind zwei rausgekommen Nee, es sind drei Okay, das ist wirklich strong Das ist wirklich strong So, an sich müssen wir gar nichts machen Deswegen baue ich hier noch Eiersack hin Weil wir sollten die nächsten Raves Schaffen Die 14 könnte ein Problem werden Aber die anderen nicht Die anderen sollten voll und ganz klar gehen Dann baue ich hier noch 14 wahrscheinlich ein bisschen mehr Damit ich das mehr überlebt kann Schicke immer markischen Schaden rein Das hat es heute Nacht dabei Gläntern die markischer Schaden Und da ist Schluss In den meisten Fällen Keine Arcane Verteidigung Außer die Priesterin Aber Late Game übelstark Da kann mir eigentlich nichts passieren So, wir schicken mal Drachen rein Grunhold Okay, Hidra war komplett tot Wir bauen den auf Und wir machen noch eine Schlange hinten hin Und dann sieht das gut aus Dann machen wir nur zwei Jetzt habe ich natürlich wieder eine kleine Hidra Und habe ordentlich eingebüßt Ja, er hält einfach Abgewehrt, sehr schön So, Hidra ist raus Wir werden jetzt Naja, so viel dann doch nicht Wir müssen ein paar Worker aufbauen Das sollte auch so klar gehen Jetzt haben wir die dicke Hydra Die halbdicke Hydra Die sind fast komplett Boah, 400 Ja, weil sie schlagen Ja, das schaffe ich nicht Sind ein paar Würste durchgekommen Aber die ganzen Die ganzen Echsen sind alle tot Upgrade Das dahin Change Die können wir auch bald aufwerten Dauert noch ein bisschen Dauert noch ein bisschen Wir sind halt Seeschlangen dabei Ja, aber es will sich Einfach was mit dazu schicken Macht jetzt nicht so einen großen Unterschied Oh, Tod Kacke Seeschlangenangriff Los Boah, alles weggebombt Nein, den großen kriege ich nicht Ne, war zu stark War zu stark Hallo Ist übelst groß Ich komme aber einfach nicht durch Dadurch, dass dieser Fette Buff da ist Was haben wir? Schützer Ja, komm einfach dich Sowieso schon mal da Mehr Seeschlangen Eiosack Die ganzen Echsen Die hacken halt sofort Ah Sicher, dass ihr diese Strategie machen wollt? Na gut Ja, vielleicht war ich zu voreilig Mit dem Eiosack Da habe ich eine ganz kleine Eine mittlere Und eine große Hydra Das ist maximal Ich warte, du bist auch fast maximal Also wirst du auch aufgewertet Klein, mittel, groß Ja, hier können wir changen Ich packe einfach noch was hin Ja Und jetzt Ist Late Game stark Aber da muss man erstmal hinkommen Jetzt kriegst du schon 780 Geschickt Das ist schon ein großer Unterschied Seeschlangen sind fett Natürlich Genau wie die Kingpins Hydra ebenso Für diese Wave Aber ist schon hart Ja, wenn man das Early Game überstanden hat Einen richtigen Absoluten Late Game ist Dann ist man super strong Aber da muss man halt auch ein bisschen Glück haben Mit seinen Eiersäcken Dass man die richtig platziert Und ein bisschen Glück hat Auch mit dem Ja, dass sie halt überstehen Hm Nö Kleinen Angler brauche ich nicht mehr Die werden eh nicht fett Noch ein Change Da muss ich auch locker Ich brauche jetzt auch nicht mehr Kaubequappen Das machen wir nicht 560 geschickt Ganz viele Kanonenschützen Die sind auch sofort zu holen Das ist halt jetzt das Late Game Super stark Wird mega schnell gehalten Vor allem Das machen wir jetzt ganz schön Gold einbüßen Weil wir die ganze Zeit nicht schicken Aber auf 20 Da können wir auch schon ein bisschen was machen Okay 1674 drunter Aber wir schicken jetzt Ich bin der Niedrigste Ich bin der Niedrigste Ich habe auch einige Sammel Weil Nydras verkackt Aber am wenigsten Gorko Und die haben nicht gesammelt Das heißt Wir sollten es überleben Auch wenn nur einer hält Oh es leckt Jetzt kommt die ganze Kohle Immer noch mit den Nahkämpfern zu tun gehabt Mit den Dinos Seeschlangenangriff Was schicken wir da Was schicken wir da Stichler weiß ich nicht Ich brauche eher Ich brauche eher einen Nahkampf So was machen wir jetzt Der hat magischen Schaden Können wir hier aufwerten Schlangen aufwerten Noch mehr Schlangen Magischer Schaden ist da an sich Können vielleicht ein Stichler reinpacken Mal gucken Ansonsten Irgendwie sowas Ist nochmal rausgekommen Sehr gut Doppelkragen Ja Ich brauchte wirklich den Nahkampf Weil hier hinten Die Stichler werden untergegangen Sowieso schon Alter die übelst fette Blume 6.000 Ich komme nicht mal durch Ich komme einfach nicht mal durch Mega viele Tanks Wir haben alle verkackt Das war's Ja war eine interessante Strategie So ist das eben Ja gut haben wir auch mal Atender gespielt Ihr seht schon Absolutes Late Game Man braucht ein bisschen Übung mit drin Hab ich jetzt nicht so häufig gemacht Ayo sagt auch nicht so oft Aber das war's für heute Mittlerweile ohne Legion Schaut euch gerne mal an Und wie das vorbei Zum Beispiel Da hab ich Max gespielt Lasst gerne ein Like und ein Abo da Wenn ihr mehr sehen wollt Bis dahin Entspannter Tag Bis zum nächsten Mal Ciao